Tägliche Angebote für Amazon-Produkte. Details in der Videobeschreibung. Filofax 022482 Organizer A5 Domino Kalender, eine Woche zwei Seiten multilingual hochglänzendes Kunstleder. Der ungefähre Preis beträgt 31 Euro. Kaweco Füllfederhalter Student e-Premium Füllfederhalter für Tintenpatronen mit hochwertiger Stahlfeder. Der ungefähre Preis beträgt 35 Euro. Moleskine Der ungefähre Preis beträgt 40 Euro. Abonnieren Sie und morgen bringen wir Ihnen neue Rabatte und Angebote, verpassen Sie es nicht. Moleskine